herzlich willkommen zur ebikefahrtechnik mit mark brotesser heute mein lieblingsthema steil bergauf bergauf fahrten ich sage immer je steiler desto geiler und gerade mit so einem e-mtb kommt er jetzt so steigungen und anstiege und lange anstiege und steile anstiege hinauf die ihr natürlich vorher nicht mal hochgelaufen wird mark worauf muss ich jetzt achten auf diesem eigentlich schon fast wieder so ein bisschen neuem spielfeld was ich jetzt eben durch die e-mtb ist da auftut für den meist für den für den normalen mountainbiker kommen jetzt halt quasi noch mal welten dazu wenn man eben so einen durchzug starken motor hat mark deiner erfahrung nach was ist das wichtigste was jetzt beim bergauf fahren zu beachten ist beim e-mtb ist eigentlich ähnlich wie im normalen mountainbike dieses eine basic ding ist diese balance zu finden dass das vorderrad am boden bleibt und das hinterrad genug traktion hat und dazu hat man halt die körperverlagerung das heißt wenn man das gefühl hat das vorderrad geht dann doch eher mehr hoch dann rutscht man mit dem po auf die sattel spitze und nimmt das kind immer mehr zum vorderreifen also immer tiefer und das ist beim e-mtb aber nicht ganz so krass wie beim normalen mountainbike weil der motor viel unterstützung hat und manchmal gibt es auch so stellen wo du bewusst das vorderrad eher leicht hast wenn du hindernisse und so bergauf hast und jetzt ist der punkt viele wollen dann im stehen fahren aber dann rutscht das hinterrad eigentlich immer direkt durch also muss man auch und wenn man merkt das hinterrad rutscht so schon ein bisschen durch dann rutscht man mit dem po ein bisschen weiter auf dem sattel nach hinten versucht mehr druck aufs hinterrad zu kriegen das ist dieses ständige spiel und jetzt kommt der entscheidende faktor hinzu du hast nicht nur deine eigene muskelkraft du hast den motor und der motor der sollte in dem modus sein ist bei manchen motoren schon gibt es schon so ein mtb modus der wo er kraft hat aber trotzdem noch reduziert kommt wenn du auf turbo gehst hast du natürlich viel mehr das problem dass er so viel kick gibt das dann fordert wieder mehr hoch geht und du und freiwillig den willi machst das heißt gleichmäßig treten mit einer guten aber gleichmäßigen unterstützung okay das heißt man ist ja immer ein bisschen verleitet dass wenn es richtig krass und steil wird und so aus dem sattel zu gehen und richtig noch mal wie man es kennt halt so am lenker zu ziehen und du sagst aber wichtig ist einfach so lange wie möglich sitzen zu bleiben und dann je nachdem wo die traktion verloren geht das körpergewicht dann eben zu verlagern und zu unterstützen dazu kommt noch und das ist jetzt auch so ein ich glaube ein klassischer fehler den viele machen oder ein missverständnis ja die anspruchsvoller der strecken abschnitt wird desto erst mal verleitet den turbo zu geben und aber genau für solche fälle ist eigentlich man kennt das von bosch vor allem der entb modus geeignet weil der gerade eben diese extrem situation entsprechend passend unterstützt ja und da ist natürlich das linienwald thema kommt total krass beim bergauf fahren weil bergauf ist es so du kannst nicht wie im daunnel einfach sagen ich mache die bremse auf und roll einfach drüber und man bleibt viel schneller an hindernissen hängen vielleicht kriegt man das vorderrad noch drüber durch den schwung den man hat aber das hinterrad bleibt dann hängen oder rutscht durch gerade bei nassen wurzeln das heißt das vorausschauende fahren besteht darin dass du immer den sekundenbruchteil entscheidest ich fahr die in die linie das sieht gut nach sieht nach grip aus und so weiter und dass du vor dem hindernis richtig noch mal rein trittst gas gibst damit du mit dem hinterrad das hindernis dann überrollen kannst weil häufig ist es so wenn das hinterrad in dem moment jetzt über das hindernis geht rutscht viel eher durch wenn du da gerade power auf die pedale gibst und was auch passieren kann und das ist das wichtige thema beim mtb auch das pedal management die du hast die power dass du eigentlich überall von hoch powern könntest aber im technischen gelände hast du steine wurzeln und ein pedal kann schnell aufkommen hast du noch einen besonderen geheimtipp was das bergauf fahren betrifft jetzt gerade pedal management mäßig ja es ist natürlich so leute die das als ja richtig als künstdisziplin haben gerne diesen uphill flow zu nutzen es gibt sogar bike parks mit extra uphill flore strecken wie im geistkopf und da ist es so dass sie sich kürzere kurbeln dran machen bewusst das kann man machen am bike generell ist es jedoch so dass man den pedal kick auch können sollte das heißt wenn man merkt ich muss weiter aber ich kann nicht durchtreten sonst komme ich auf gibt man nur so kick also man hebt das vordere pedal kurz höher und kick dann rein genau und das kann auf jeden fall auch helfen in der königsdisziplin der boost techniken ist dann häufig so dass man sogar wenn man richtig hohe hindernisse hat dass das wie du gesagt hast dinge fährt die man ohne mtb nie fahren würde bergauf mit dicken hindernissen und so ein bisschen treil technik da ist es sogar so dass sie sich genau gedanken machen ich muss vorher anderthalb kurbelwägung oder zwei oder so um dann genau in dem moment die richtige pedal vorne und so zu haben das so ein bisschen dann im fortgeschrittenen bereich das heißt aber jetzt auch gerade also dass man kennt das ja von normalen mountainbiken und bergauf fahren dass man halt sozusagen irgendwann vielleicht einfach hindernisse hat und da immer nur so einen kurzen kick geben kann das ist jetzt alles noch mal potenziert eben durch den motor da muss man ja vielleicht das auch so ein bisschen im hinterkopf haben dass da mit jedem pedal kick so der motor noch ein stück anschiebt genau ja okay das ist jetzt ein vorteil oder kann das eben auch ein nachteil sein wie sollte man das dosieren dann auch von ich denke vom modus her beispielsweise ja also ich würde sagen im mtb modus ist man auf der sicheren seite und situativ wenn man weiß an die jetzt brauchst du turbo und du weißt auch wie welchen grip dieser boden hat dann kann man das auch dosiert nutzen und beim ja beim mtb ist dann wirklich auch so ein bisschen try and error wenn du bergauf fehler machst und hängen bleibt dann kannst du dich zur seite einfach fallen lassen das safe ungünstig ist wenn man nach hinten gibt deswegen dann die hinterbremse ziehen und libaner zur seite fallen lassen okay falls ich jetzt mal absteigen muss am berg und der ich bin also im steilstück kommt nicht mehr weiter muss absteigen muss rausklicken was mache ich wie fahre ich am besten wieder los also es ist häufig so dass man dann im modus ein bisschen runter gehen muss dass man beim start nicht direkt so einen kickstart wie beim wheelie macht und dann muss man gucken ob man eine vario schütze hat die ein bisschen absenkt das rad ein bisschen schräg stellt drauf setzt druck ausfordern den man sich klein macht und dann grip suchen blickführung und weiter okay gut aber nicht vollgas wieder losfahren weil dann fährt das rad ohne ein ja okay also jetzt gehört bergauf fahren ist jetzt auch so ein thema man denkt man fährt bergauf und lässt sich von dem motor treiben aber nee das ist es gar nicht ihr seht selber so zwei drei sachen müsste ein bisschen im hinterkopf behalten und dann macht das bergauf fahren gleich noch mal doppelt so viel spaß gerade mit einem e mtb also also probiert es aus die tipps von mark und könnt uns auch gerne in den kommentaren berichten was ihr noch für ideen dazu hat wir sehen uns beim nächsten mal bis bald und ciao bis bald